Das ist da genau eine Stunde. Alter, da liegt immer irgend so bei kleinen Häusern, die so guten Staffeln wie. Und da liegt ne blaue Paubein vor Ort. Und da kommt man in den Häusern, bei Retail zum Beispiel. Das ist immer so. Nie wenig, nun ist da. Hier. Sag doch. Sag doch. Guck, hier gibt es immer so gut, die so guten Loot. Das versteht einfach gar keiner. Dass du irgendwie dann in den kleinen Gebäuden guten Loot gibst, aber nicht in den großen Gebäuden irgendwie schlechten Loot gibst. Ich verstehe das auch nicht. Es geht nicht. Es ist gar nicht. alles egal ich brauche das immer noch was mache ich da ich mache ich da selber und ich das einfach muss So, ich muss von der Sonne bewerben. So, ich muss von der Sonne bewerben. Ich flex die von hinten weg und voller Pflückdachzoller kleben. Doch ein geiler Überlebenschiss. Ich hab's noch gecheckt. Ich hab's noch gecheckt. Ich hab's noch gecheckt. Ich hab's noch gecheckt. Ich schieb die Vercheckte weg. Oh, noch merkwolle. Ich fliege gerade die Hände hin. Ich hab's noch gecheckt. Ich hab's noch gecheckt. Nein, ich hab's noch gecheckt. Ich hab' noch gecheckt. Ich bin auf der Kiste. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich dabei. Ich bin eigentlich dabei. Ich hab' auch gecheckt. Ach! Oh mein Gott, jetzt hoffe ich ihm gerade los, so ein Pumpgunyard-Job wie jemand mit zwölf HP. Oh mein Gott, was war das denn gerade im Leidschutz? Alter... Die... Ein bisschen vorseits, ich dachte, ist runtergekullert und ein bisschen ist hineingekommen. Alter, wo ist der andere Brut? Wo ist der andere Brut? Alter... Ist der andere Brut? Alter... Wirklich, das war der King, Mann. Ich wohne mit meinem Jumphead. Ich wohne jetzt schon hier ab. In 1, 2, 3... Und jetzt noch der Rasse. Ja, hab ich schon hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Bisschen, wenn ich stehe, es kommen die Wies. Oh, kein Wies. Oh mein Gott, hier alles. Alter, ich bin grad einfach so... Nee, es war niemand drin, okay. Weil da ist öfter einer drin. Ich kenn' diese Scheiße. Da kannst du dich ja drin tarnen. Dann bist du... Kannst du dich heilen. Oh Gott. Kannst dich da drin einfach mal heilen. Denn man darf nur niemand... Findet dich was. Weil ich wüsste nicht so viel, dass man das machen kann. Oh mein Wunschel, die bitte ich sind bei den Sternen. Oh nee, mein Bruder. Wenn ich welchen Gipter treffen würde... Ich würd so... Ich würd so sterben. Weil ich bin moandet mit der Brankler. Ich bin moandet mit... Nein... Oh, nicht dein Ernst. Ich kann nichts einladen. Oh mein... Ist das- utilizing. 行, der Leute. Wie lang war bitte dieser Feig jetzt? Mein Herz, Digga! Gerade mein Herz schlägt! Alter, ich beck das so hart! Wenn man gerade mein Herz schlägt! Alter, du! Alter, mein Herz macht ihn sparen, weg! Oh! Ich habe keinen Bock mehr! Ich werde den Weg weg. Geh weg weg. Geh weg weg. Oh mein Gott, ich hab mich auch schon. Das ist ein Ballpool. Oh Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. GASP! Like balls. Like, like balls or like balls. Like balls or like balls. Like balls or like balls. 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 I like balls. Like balls. I like balls. Balls. was aus also groß ein kettel uns ich kenne andere boos booses aber die sind mir scheiße und die wie so alle auseinander leben ich kann's trotzdem machen ja gut da wurde grad ein scheiß baum wieder mal abgebild dann sieht man das so und der guck mal dahin und dann auf einmal ich da oben wieder da weg oben ich kenne das so rauf das passiert mir so rauf das guck das wird in mir abgehackt aber dann wenn ich wieder ran zoome bei einer Sniper seh ich dass es nicht abgebaut ist ich versteh das nicht ich hab Angst gerade jede Seite nach ok lass mich gleich in Baseball ein bisschen weiter da wo ich meine Baseball und beim Gefängnis zauern die Baseball ich zeig euch wie ich Baseball beim Gefängnis bei dem zauern ich klettere mal hoch nochmal und dann baue ich auf meine Festung da oben das wird die fetteste feste ich war die höchste warum hab ich da jetzt einzugekommen da oben zum Glück war das ein zum Glück Digga zum Glück mit dem Jumphead könnte ich jetzt hier so hoch fliegen oh mein Gott hab ich mich erschreckt ich dachte das wäre jetzt ein Brogan oder so aber hätte ich nicht erwartet dass jemand halt passiert und Ziel anvisiert Ziel anvisiert und Feuer 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 Ich bin noch nie wieder... Ich bin noch mehr Kbumbumbum auf dein Herz Ach so Ich bin noch mehr Kbumbumbumbum Ich bin noch mehr Kbumbumbum Ich bin noch mehr Kbumbumbum Das ist der Fall Ich hole mich gleich Leute dass ich mich hier in der Luft verfehle Ihr seht das sowieso nicht, dass ich mir die Luft verfehle Also ich geh nicht mehr jetzt Slopa Warten, bis das voll ist. Au. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, sorry. Du bist so heiß. Au. Ski. Du bist so heiß. Das war's. Ski. Drei. Ski. Drei. Eins. Go, hau ab! Doch, wo ist dein Versteck da hinten? Bei deinen Bauben ruhig chill. Campen natürlich, Digga! Camp ruhig weiter! Bis jetzt! Ah, da! Ah, da! Hör auf damit! Ich hab keine Pateriale davon! Leute, es sind noch zwei Leute! Gib mich! Es sind genau noch zwei Leute! Sehr wahnsinn, Digga! Cool, hin oder? Was angekäß dich nicht? Und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt 13 Kills sind wir schon zieh! 5 Sekunden! 5 Sekunden! Oh!